Drei, zwei, eins und raus! Die Kranken sind scharf wie grün. Ich stehe mit meinen Schuhen wie Schraubstücken und gleich wird es losgehen. Die Umstände, was glauben Sie, wie viele Leute mehr versuchen wollten, zu beweisen, dass es nicht geht? Oder die Situationen, die Sie antreffen? Das ist der Leichtaumen und Schüssen für Ihre Projekte, die Sie umsetzen wollen, geleistet sein. Drei, zwei, eins und raus! Die Realität, das Einzige, was zählt, ist Ihre Antwort auf die Realität. Es war sauschwer, jeden Tag nach Hause zu kommen und nur Ablehnung zu erleben. Immer wenn es schwierig wird, immer wenn Sie irgendwo anstehen, bleiben Sie dran. Haben Sie eine Checkliste in der Tasche. Und diese Erfahrung aus dem Sport hat er übertragen in seine Beratung und macht daraus Strategien für Unternehmer. Die Piste hat Wellen, Kurven, Sprünge und Eisplatten. Dies ist vergleichbar mit dem Markt. Der Markt ist auch in Bewegung, nicht immer vorhersehbar und es befinden sich andere Mitspieler am Markt. Begeisterung, Zielsetzung, Mut, Beharrlichkeit und Ihre Werkzeuge. Das möchte ich Ihnen heute mitgeben. Viel Erfolg bei Ihren Projekten. Viel Spaß dabei.